Heute mal mit Lucky Pharao auf 2 Euro. Wir starten mit einem geilen Kristallgewinn rein und dann gönnen wir uns die Power Spins auf 8 Euro. 26 Stück für den Start erstmal. Nicht vergessen, Video, Daumen hoch geben, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Das ist ein Video, Daumen hoch geben, dann verpasst ihr kein Video. Und dann geht es um Video, was ihr habt. Ein Video, Daumen hoch geben, dann sehen wir uns die Video. Dann gehen wir uns die Video. Wir haben eine Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Na komm, mach Diamant K, war ja klar, nicht mal Q Mit 26 Power Spins gestartet, mit 25 geht's weiter Untertitelung des ZDF, 2020 Oha, sehr schön, 4 Diamanten auf jeden Fall, das gibt schon mal ein paar AGs Mal gucken, wie viel er gibt 30, das ist schon mal gut Schade, dass man bei 8 Euro Spins die Dings nicht mehr nehmen kann, ne? Das Geld, weil sonst hätte man natürlich mehr Power Spins gehabt, wenn man jetzt 300 Euro gehabt hätte, statt den AGs Jetzt gibt es ja viele von diesen Wilds Sehr schön, Rubinen immerhin, auch schon mal gut Das Geld ist ja auch schon mal gut Das Geld ist ja auch schon mal gut Untertitelung des ZDF, 2020 Gewinn ist gut, aber leider nur 23 Powerspins. Naja, mal gucken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020